Fantastisch! Ich hoffe, es gefällt euch! Und der erste ist Eugen. Und ja, wir gucken einfach mal. Es ist eine... Man muss schon sagen, es ist eine sehr, sehr starke Base. Und der Loot bewegt sich doch schon im Millionenbereich insgesamt, den er holen kann. Und wir gucken einfach mal, es ist ein... Ja, es ist ein Asiat, ich weiß nicht genau. Äh, Chinese, Japaner... Keine Ahnung, was jetzt genau. Base sehr, sehr stark, muss man sagen. Fast maxed out. Ich sehe bei den Bogentürmen, die sind noch nicht maxed. Äh, X-Bögen sind nicht geladen. Also, er ist in keinem Clan drin, er ist in keiner Liga drin. Was ja generell schon mal dafür spricht, dass er nicht gerade aktiv ist. Dann sind die Minen und Sammler natürlich prall gefüllt. Und der Eugen denkt sich, ich nehme den Loot doch einfach mal mit. 343.000 Gold hat er schon, 274.000 Elixier. Wir sehen es, oben links ist noch was drin auf jeden Fall. Jetzt hat er da noch... Okay, er hat auch einige Ballons noch dabei für die Bogentürme. Das klappt auf jeden Fall, den macht er jetzt da unten schon mal kaputt. Dann ist gleich der im Grunde der Platz frei. So, jetzt kann er in Ruhe mit seinen Bogenschützen arbeiten. Und das ist in Gold 1. Also, ich denke mal... Ich tippe mal ganz stark darauf, dass das eine Rache ist. Also, habe ich selten gesehen so ein Loot in Gold 1. Kann eine Rache sein? Man weiß es auch nicht. Wobei, der muss nicht unbedingt eine Rache gewesen sein eigentlich. Weil du normalerweise ja... Ja, wir gucken gleich mal auf die Pokale. An den Pokalen kann man es ja öfter schon mal sehen. Aber, na gut, wir gucken einfach mal. Jetzt nimmt er sich oben noch das da raus aus den Minen und Sammlern. Alter, richtig übler Loot auf jeden Fall. Richtig übel. Jetzt sind wir gleich schon bei... Jetzt sind wir gleich schon bei 800.000. Und wir sind gleich schon bei 3.000 Dunklem. Also, das müssen wir auch nochmal dazu rechnen. Der Typ hatte über 6.000 Dunkles zur Verfügung. Alter Schwede! Über 7.000! Über 7.000 Dunkles! Oder fast 7.000 Dunkles! Alter Schwede! Richtig heftig! Jetzt schickt er noch seine Riesen vor, natürlich, zur Ablenkung. Damit die tanken können. Und die Magier sollen jetzt halt schön noch die, äh... Ja, die Elixiersammler kaputt machen. Und die noch das Elixier holen. 480.000 Gold. 476.000... Ich kann... Ah, warte mal, wir können das vielleicht gleich... Wir können das doch gleich sehen an dem... An dem Liga-Bonus. Wobei der auch oftmals nicht angezeigt wird, ne? Das muss unbedingt nicht... Das muss nicht unbedingt was heißen. Äh... Wenn der... Quasi wenn der Liga-Bonus da nicht steht, dann muss es nicht unbedingt eine Rache sein. Bei mir wird er auch oftmals schon mal nicht angezeigt, so. Jetzt wird noch der Rest geholt. Quasi das Rathaus noch eben. Ja. Und das war's. Dann waren es fast eine Millionen Loot. Auf jeden Fall wirklich sehr gut. Lieber Eugen. Äh... Ja. Damit ist es doch mal ein... Schon mal ein guter Start. Ja, sieht man jetzt leider nicht. Aber wobei es ist eine Wiederholung. Das ist es sowieso nicht. Von daher... Ja. Das war wieder blöd von mir gedacht. So, der nächste ist Instant S-Kicker Edit. A.k.a. Flag Cannon von Apple Jünger. Und er... Alter, es ist... Es ist... Es ist so heftig. Was da... Das ist ein 1... Ach so. 1,2 Millionen. 1,2 Millionen Loot. Mit einem Angriff. Das ist so krank einfach nur. Silber 2. Inaktiver Gegner. Rathaus 8... Äh, Entschuldigung. Rathaus 9 gegen Rathaus 8. Alter Finne, ey. Was da an Loot rauskommt. Ohne Scheiß. Ja. Übrigens, die Qualität könnte von Aufnahme zu Aufnahme etwas variieren. Weil ja, wie gesagt, mir das zugeschickt wurde. Ich habe jetzt zwar noch ein, zwei Filter drüber gelegt, um es so etwas anzupassen. Aber wie gesagt, ganz anpassen kann ich es nicht, dass jetzt jeder Angriff genau gleich aussieht von der Qualität. Aber nun gut. Werden wir dann noch sehen. Alter, jetzt hat er schon gleich eine Million in sich geholt. Jetzt sehen wir noch... Unten ist jetzt noch... Ist jetzt noch ein Bogenschützen... Bogenschützen jetzt noch unterwegs. Die Barbaren noch. Alter. 72% hat er jetzt schon. Die Königin kann ja noch zünden. Das heißt, das ist schon mal ganz gut, dass der Barbarenkönig jetzt tankt. Die Königin dahinter ist. Und er wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was sich holen können. Unten sehen wir ja auch noch Truppen. Da ist noch ein gegnerischer Magier unterwegs. Der dann jetzt noch verzweifelt versucht ihn aufzuhalten. Jetzt hat er die Millionengrenze. Man, ey. Ich hatte noch nie so einen Loot. Ohne Scheiß. Ich habe irgendwie... Beim Loot habe ich nie so Glück. Das ist echt schon heftig, ne? Über eine Million Loot hat er jetzt schon. Ja gut, jetzt ist er gleich kaputt. Weil der Bogenturm... Ja, der Bogenturm ist aber relativ schlecht. Aber gut. Zwei. Eins. Und ja. Das war's. Über eine Million Loot von Eugen. So. Real Dunes ist der nächste mit noch mehr Loot. Mit noch mehr Loot. Äh. Aber nun gut. Er hat jetzt natürlich nicht die richtigen Truppen dafür. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ziemlich viel noch in der Mitte drin. Wien und Sammler auch rappelvoll. Und jetzt schickt er erstmal die... Ja, jetzt schickt er... Ah, okay. Ja. Der Gegner hat noch einiges an Fallen dahingestellt gehabt. Die Riesen hat er vorgeschickt. Jetzt kommen die Bogenschützen hinterher. Er hat noch ein paar Kobolde. Und wir wollen einfach mal sehen, wie viel er da jetzt effektiv rausholt. Unten ist er jetzt auch schon zugange mit den Kobolden. Oh mein Gott. 500.000 Gold hat er jetzt schon. 2.000 Dunkles. Das ist natürlich auch sehr geil. Königin noch unterwegs. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Elixier er sich noch holen kann. Da ist auch noch einiges unterwegs. Ja, das Elixier fließt jetzt auch schon rüber. Jetzt hat er schon 300.000 Elixier. Jetzt kommen noch... Ah, okay. Jetzt kommen noch die Clan-Truppen, weil noch was in dem Sammler drin ist. Ja, nicht... Es wird so eine Million. Ja. Eine Million. Eine Millionen Loot für In-Your-Face, a.k.a. Real Junes. Und ja. Das war auf jeden Fall auch mal ein Loot, der sich definitiv gewaschen hat. Muss man wirklich sagen. Über 2.000 Dunkles noch dabei. Und noch on top drauf. Das ist echt... Und dann 27... Alter. Ach, er hat das Rathaus gar nicht mehr mitgenommen. Ah, okay. So. Ah, interessant. Er hat das Rathaus gar nicht mehr mitgenommen. Jetzt können Sie mir den Angel von Elefanten-Fisch. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob das jemand aus seinem Clan war oder ob er das selber ist. Ich denke mal eher, das wird jemand aus seinem Clan sein. Äh. Und Elefanten-Fisch bzw. Hertha BSC hat ja auch einen sehr schönen Loot. gegen eine... Ich sage mal gegen eine WTF-Rathaus-10-Base. Kann man ja schon so sagen eigentlich. Und ja. Kann man tatsächlich schon so sagen. Denn, ähm... Guckt es euch mal an. Die Mauern sind auf Level 6. Er ist schon Rathaus-10. Er ist ein Asiate. Er hat die Pekka-Statue da oben. Steht noch nicht schlecht. Er hat schon... Er hat schon zwei Inferno-Türme. Na ja. Das ist echt einfach... Ich weiß nicht. Gegen so eine Base ist einfach nur lachhaft. Weil... Das ist so gerusht. Aber nun gut. Dafür hat er zum Glück die Strafe bekommen von Hertha BSC. In Form, äh... Eines ordentlichen Raids. Und wir sehen es jetzt hier nämlich. Jetzt hat er noch ein paar Bogenschützen. Und hat sich mal eben so geschmeidige 483.000 geholt. Ah, nicht schlecht. Ja, 490.000. 492.000. 495.000. Ja, läuft. Läuft, läuft, läuft. Plus noch Bonus dabei. Aus Meisterliga. Auch nicht schlecht. So. Nächster ist der User 0653 aka Schatten 1.0 von Fußgängerzone. Und das muss man sagen auch ein sehr, sehr... Ja, ich sage mal ein sehr, sehr kreatives Base. Dieser... Sehr kreatives Base, was wir auf jeden Fall sehen. Er greift an den Lord of War von The Croods. Und wir sehen es. Es ist alles in der Mitte drin. Äh, die Minensamler sind alle rappelvoll. Und... Auch auf einem Fleck. So. König schickt er vor. Wahrscheinlich, 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 wahrscheinlich zum tanken. Die Königin hinterher. Allerdings gefährlich, jetzt nur von einer Seite reinzugehen. Wir wollen mal sehen, wie er das noch macht. Also, von zwei Seiten hätte ich es, glaube ich, bevorzugt. Ja, wir wollen mal sehen. So. König gezündet. Die Barbaren nebenbei natürlich auch. Wobei, die Base des Gegners ist einfach so schlecht, dass es eigentlich im Grunde auch schon keinen Unterschied macht. Er hat alles in der... Wobei die Gebäude gar nicht mal so extrem schlecht sind, ne? Die Gebäude sind eigentlich für... Ich denke mal, was ist er? Rathas VIII war er, glaube ich. Rathas VIII ist es ganz mittelmäßig. Eigentlich, die Mauern sind ein bisschen schlecht. Von, von Lord of War. Aber ansonsten... Natürlich, die Aufteilung ist natürlich extrem scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Die Königin kann er immer noch zünden. Jetzt... Er wird sich auch 100% holen. Weil ich meine, was ist da noch da? Es ist alles auf einem Fleck. Der Barbarenkönig steht außen. Bis der mir jetzt mal gleich alarmiert ist, dann wird er jetzt... Ja, jetzt hat er das Fragezeichen überm Kopf. Jetzt kommen die Truppen noch ein bisschen näher ran. Dann kriegt er da... Er kriegt die beiden Ausrufezeichen. Jetzt geht er da rein. Jetzt kommen die ganzen Bogenschützen an und denken sich, Jo, lieber König. Du hast gegen uns keine Chance. Jetzt ist er kaputt. Außen jetzt noch fast kaputt. 1.068 dunkles. 522.000 Elixier. 458.000... Ah, er ist sogar... Rathas IX. Okay, ich habe jetzt da keinen X-Bogen gesehen. Deswegen war ich verwirrt, ob er jetzt schon Rathas VIII oder IX ist. Aber okay. Ja, kann man mal... Für Rathas VIII wäre es da sogar noch okay gewesen. Halbwegs von der... Zumindest bis auf das Space Design. Aber für Rathas IX... Naja. Na, hat er die Quittung bekommen auf jeden Fall. So, der nächste ist... Ein lieber Kollege, der Einfach Willi. Ein treuer Zuschauer, den ich auch schon sehr lange kenne. Und der Einfach Willi hat mir einen Lootangriff zur Verfügung gestellt. Auf Royal X Blue Boy. Und wir sehen die Inaktivität der... Alter, eine Million Elixier. Alter! Wir sehen die Inaktivität der Base alleine schon an den nicht geladenen X-Bögen, an den nicht geladenen Infernotürmen. Minen und Sammler sind prall gefüllt. Ich sehe das so schlecht, weil ich ein bisschen weiter weg sitze. Aber auf jeden Fall die... Wir sehen ja schon, dass noch einiges Elixier alleine zusätzlich zu den... Zu den... Zu den Sammlern auch noch in den Lagern ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was... Wie viel der Einfach Willi jetzt hier rausbekommt. Er entscheidet sich für... Bogey-only. Und in der Klarenburg auch noch Bogenschützen, so wie ich das gesehen habe. Und dann noch die beiden Helden hinterher. Kollege Einfach Willi... Ich denke mal... Ja, Einfach Willi wird Rathos IX sein. Jetzt kümmert er sich natürlich erstmal... Vor allem auf der rechten Seite um die Außengebäude. Bin ich auch mal gespannt, ob da noch überhaupt Fallen übrig sind, die noch aktiv sind. Aber es sieht eigentlich nicht so aus. Das ist meistens ja so. Die Fallen sind halt irgendwann mal ausgelöst worden. Wenn dich jemand angegriffen hat, dann hast du ein Schild. Dann ist wieder mal... Ja, wenn du Glück... Wenn du selber Glück hast, ist der Gegner halt oftmals nicht angegriffen worden. Und hat dann halt wie hier alles voll mit Loot. Alter, 656.000 Elixier. 370.000 Gold. 1600 Dunkles. Und es ist ja noch nicht fertig. Er hat ja noch ein paar Truppen. Er hat noch ein paar Truppen. Vor allem natürlich noch den König und die Königin. Und wenn er jetzt den Bogenturm halbwegs schnell kaputt kriegt, dann könnte es doch noch was werden. Mit ein bisschen mehr Loot. Ja, der Bogenturm ist kaputt. Jetzt kann er zumindest noch auf das Goldlager drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel Elixier sich noch holt. Er kann die Königin ja noch zünden. Er zündet sie jetzt. Ich bin mal gespannt. So. Wenn er jetzt noch... Er geht erst auf die Mauer drauf. Es wird eng. Einfach Willi. Ah, okay. Das war's glaube ich. Aber trotzdem ein sehr schöner Loot. Alter, über eine Million. Über eine Million von Einfach Willi. Ja, sehr schön gemacht auf jeden Fall. So, das ist der letzte... Tut mir leid, die Qualität ist bei diesem Eingriff wirklich etwas schlecht. Äh, von Hüseyin... Sarkal. Sarkal. Ich hoffe mal, ich hab deinen Namen richtig ausgesprochen. A.k.a. Boxe von Jitem. Und, ähm... Ja. Bisschen, 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 bisschen schlechte Qualität. Alter, war der klar... Das... Eviden. Es ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch auf türkisch gestellt, das ganze Spiel. Und es ist, wie gesagt, die Qualität etwas schlecht. Ich hab da noch einen Filter drüber gelegt, um es ein bisschen schärfer zu machen. Aber... Es geht uns ja in... In erster Linie primär um den Loot. Ich hoffe mal, es leckt auch nicht so schnell... Zu stark. Sonst... Ich hab das auch selber noch nicht so richtig geguckt. Aber... Ich dachte mir so, bei dem Loot musst du es eigentlich noch zeigen. Ich hab auch noch einige andere Angriffe, aber die werden dann das nächste Mal folgen. Und ja, wie wir jetzt sehen, geht er in die Mitte vor mit seinen Truppen. Er hat auch noch einige... Okay, er hat noch einige Schweine übrig. Er hat noch die König, den König, die Königin, die er noch zünden kann. Zwei Heilsauberter auch noch übrig. Kümmert sich jetzt um die Gebäude in der Mitte. Und wir sehen es schon, der Loot wächst jetzt so langsam schon an. Aber noch hat er nicht so viel. Es sind noch 551.000 Gold da. 200... Ja, noch... Ja, jetzt geht's los mit dem ganzen. Jetzt holt er sich zumindest schon 100 Elixier. Jetzt hat er gleich die 400.000 Elixier. Gold ist auch noch da. Und ich hab echt Probleme, hier überhaupt mitzukommen. Die Golems laufen jetzt außenrum. Sehen wir da. Schweine hat er auch noch. Heilsauber hat er jetzt auf die Schweine gesetzt. Ich denke, das sollte auch ein... Es sollte auch gleich alles weg sein, eigentlich. Ja, 400.000 Elixier. Jetzt ist sogar noch was da. Jetzt hat er gleich noch das ganze Gold übrig. Und er hat ja die Truppen noch. Er hat ja seine Könige noch. Er hat die Golems noch. Er hat die Schweine noch. Sollte eigentlich easy 100% werden. Alter. Das wird locker über... Das wird locker über... Eine Million Loot werden. Ja. Eine Million. Und damit sind wir am Ende auch schon die letzten 10 Sekunden laufen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schickt mir eure Angriffe zu per privater Nachricht. Das soll ab und zu mal kommen, so eine Folge. Die nächste kommt bald mit weiteren Angriffen. Und ich hab's hier nicht vergessen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüüüüü. Vielen Dank.